Das ist eine ungeheure menschliche Tragödie, die sich da vollzieht. Jenseits aller großen politischen Spekulationen und Geheimdienstintrigen ist das eine menschliche Tragödie, die auch einen Forscher wirklich anrührt und die fast unbegreifbar ist in unserer modernen Zivilisation. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich sage es und ich sage ganze Welt es, er ist ermordet. ZDF, 2020 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 ZDF, 2020